ja hallo mal wieder eine runde team fotos 2 heute schöne 60 bilder pro sekunde juhu ja und die party geht ab allerdings ohne logo oben weil ich muss meinen rechner wieder neu aufsetzen ich wollte eigentlich mal ankündigen das hatte ich ein anderes video gemacht habe ich dabei rausgeschnitten alle videos sind jetzt in creative commons sprich wer irgendwelche remixer oder sonst welche lustigen aktionen mein videos machen wir lange den namen nennt ist das von mir aus genehmigt das wollte ich eigentlich nur alles sagen und sonst genießt einfach die runde menschen prozent kommen da war nicht mal klappt sonst wechsel ich gleich wieder auf heavy ihr habt doch zwei heavies das wollt ihr denn noch ja ich habe in spion getötet und bin tot ich hab zwei heavies das wollten wir noch was ist jetzt passiert spiel fortsetzen kann bestimmt irgendwie lustige lustige video sequenz oder sowas nee cool wieder ein bild von steve jobs ich hab mir immer noch ich hab mir immer noch ich hab mir noch rausgekommen Mann, nicht ihr Face. Benni, du elendig. Sinnlos. Sinnlos, ey. Die Waffe ist doch geil. Das ist eine Schrotzülle, die aussieht wie eine Pistole. Ich frage mich die ganze Zeit, warum der Scout wird. Das ist aber ein roter Scout. Was solltest du schon sehen? Ja, Ruhe. Keine Ahnung, ey. Die rennen ja mit Überladung von unserer Base rum. Das gibt's gar nicht. Habt ihr übrigens gesehen, was für einen coolen Hut ich habe? Was ist denn für ein Hut? Ne, hab ich nicht gesehen. Oh, der hat mich mit geheilt. Sorry, aber ein Crit-Treffer nach dem anderen Nämlichabtrick. Ja, irgendwie, wir haben irgendeinen Crit-Banner mit dem Team. Das ist ziemlich heftig. Toll. Ich bin dauer-tot. Der gibt mir eine Überladung, wo keine Gegner da sind. Richtig geil. Ja, wie gesagt, einer von unserer Demon-Man hat so einen Crit-Banner. Wenn du da in der Nähe stehst, haben alle, die in der Nähe stehen, Mini-Crits. Die mal irgendwie so 33% mehr Schaden machen. Scheiße. Das ist schon heftig. Ich mach grad sterben. Ich mach grad sterben. Ich mach grad sterben. Ich mach grad sterben. Gefällt mir. Wir haben zwei Sniper in unserer Base rum. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Echt, zwei Sniper. Azunis und du, Beni. Was? Ich bin überhaupt nicht im Spiel bei euch. Ich bin in einem Gegner-Team. Und ich bin kein Sniper. Ich bin Scout. Keine Verlängerung. Ach, schade. Verlängerung. Verlängerung. Du hast einen Hut, ey. So eine Scheiße. Der Ross-Heli, der hat einen goldenen Granatwerfer gehabt. Hallo? Also, nee. Ich bin ein Granatwerfer. So ein Quatsch. Verstehen zwei Heavys in der Elke. Oh, wir sind wieder auf dem Franzosen-Server. Bin gar nicht mehr so schlecht. Aber jetzt hätte er rüberkommen können. Ja, Beni, du kannst rüberkommen. Nee, hier. Wie war der grad in der Überzahl? Jetzt nicht wieder ausgeglichen. Nee, bei uns wird grad wieder angezeigt. Also, bei mir hat's blau als Überzahl angezeigt. Nehmst du jetzt noch die ganze Zeit auf? Ja, ich nehm grad die ganze Zeit auf. Quatsch, muss ich mir antun. Wenn ich grün bin, dann sag ich Bescheid. Dann kriegst ein Autogramm. Dann kriegst ein Autogramm kostenlos. Ja, toll, danke. Kostenlos. So, wo bin ich? Ich bin in Rot, wie ich das so sehe. Ja. Ich bin noch gar nie irgendwie drin. Und warum auch immer. Ich hab jetzt bloß noch 23 FPS. Gerade eben hatte ich 60. Das raff ich nicht. Ja, dann stockt halt nur. Dann sind immer noch zu viel zu laden. Ja, jetzt sind wieder 60. Alles klar. Ja, irgendwas hat noch zu laden. Du hast du mir gequatscht, das ist irgendwie drin. Ja, hier. Ich kann sogar mein Logo zeigen. Ich bin in Rot. Euer Dumm. Aber wir haben... So, Benni, was machst du? Ich bin wieder Scout momentan. Marco, was willst du machen? Aber... Ich mache Laden. What? Ja, jetzt ist neu gestottert. Der ist noch nicht drin, Marco. Ach, mein Rechner ist nicht so. Ach so. Ich bin heavy. Marco fängt jetzt an mit Laden, wenn ich fertig bin. Woher? Hoffentlich verlaufe ich mich nie wieder. Baseball! Die Dipper hier irgendwo? Kann man hier nochmal schlagen? Ich hätte noch Flammenwerfer nehmen sollen. Da kann man wenigstens immer ein paar Gegner anfackeln. Das ist cool. Kannst auch mit deinem Messingmonster da auf alles drauf platzen, was sich bewegt. Warum hat es eigentlich drei Hüte aus? Weil das ist so ein Überhut. Den habe ich vom Kroll gekriegt. Der letzte ist auch dabei, weil der meinte hier, ich habe alles und ich habe alles in seltsam und such dir was aus, wenn du was haben willst, dann habe ich alles. Genau der. Kannst dich hier in die Ecke stellen. Mission beginnt in 30 Sekunden. Übrigens gibt für Ducken nichts, was festhalten kann. Mir brüllt wieder einer die ganze Zeit. Maddy. Wuhu, wie hier rumfliegen kann ist so lustig. Warum geht meine Lebensenergie nach unten? Wahrscheinlich, weil man auch gleich nicht mehr heilt. Ach so. Jetzt geht's wieder nach oben. Also diese Überladung löst sich mit der Zeit auf, wenn du nicht mehr geheißen wirst. 3, 2, 1, go. Oh. Hier war ein Spy. Ah, das ist doch kacke ey. Ja, hinter uns ist ein Spy hinter uns. Ja, ich sag gerade schon, da ist ein. Was ist hinter uns? Hinter uns muss irgendwo einer sein. Das bin ich. Okay. Aber der hat gerade einen Sniper umgelegt hier hinten. Also wenn du einen Sniper siehst, der Sniper ist im Deck mit dem Zweifel. Scheiße, ich hab keine Muni mehr. Ich kann nicht mit dem Shotgun rum. Warum gibt's denn nirgends Muni? Heil erstmal irgendjemand anderen heilen halt. Ich bin wieder da. Du machst das Ding nie kaputt ey. Du machst das Ding nie kaputt ey. Die Überladung war ein bisschen sinnlos. What the fuck? Wie lassen die sich denn backstabben die ganze Zeit? Oh, ich hab jetzt wieder einen Spy getaunter. Ich hab ihn. Ich hab grad Muni gefunden die noch näher liegt. Vier ist schon durch. Alles gut. Trägt ihn zurück. Kann das sein, dass... Kann das sein, dass grad nicht so viele... Wahnsinn. Wieso? Doch, aber ich würde sagen, es ist halt eine übelst lange Spawnzeit. Hier ist wieder um 2. So muss hier wieder um 2. Ja, bei mir oben. Verkleidet als Heavy. Hab ihn. Also hab einen. Falls er noch mehr sind, kann ich nicht garantieren. Ich weiß nicht, wie viele die Gegner haben. Ähm, ich... Wer ist denn Heavy bei uns? Noch jemand? Ne, das ist ich. Gut aufgeteiltes Team, würde ich sagen. Öfter Zötungshefe aktiv als bisher. Ja, wir haben von jedem was. Das ist mal echt ein schönes Team. Das merkst du aber auch, dann funktioniert es nämlich plötzlich, wenn man von jedem was hat. Nicht so wie sonst. Fünf Heavy's! Das geht! Aber ja, du brauchst irgendwie 20 oder 30 Sekunden. Ich hasse das, ey. Zum... Ah, wir haben wieder so einen Crit-Banner dabei, ne? Ah! Ah! Let's stop that freaking thing! Cookie, JC, läuft als Eispickel rum. Ah, es fehlt mir das. Das war grad so ein sinnlöstes Kommentar. Aber... Irgendwie muss ich ein bisschen mehr rumspringen. Ähm, fehlt noch ein bisschen du AFK? Okay. Bin ich AFK? Ich hab das grad. Sah so aus. Aber ich glaub, es... Machen wir doch lieber den normalen Soldier als Scout bin ich nicht so toll. Und ein Scout... Ne, ich mach nochmal einen Soldier. Hier läuft eher das Heavy rum. Jetzt nicht mehr. AF. Ich glaub, du hast mich grad erwischt, oder? Ja. Ich seh Enten, Bürger und Schrauben und Federn und... Oh ne, das gibt's doch nicht. Ich kann der Typ Bonus-Zeit erhalten. Aua, ich hab grad fändliche Rippen gebrochen. Wow. Bubas... Geholt. Äh, irgendwie... Achso, du hast mich schon geheilt, das ist schön. Wow. Sorry. Ich bin von euch. Das war aber eigentlich Pyro-Arbeit. Da schießt irgendjemand das nicht. Ich geh bissl rum und tut's doch, wenn ich aufnehme. Aber eigentlich sagt 60 FPS. Das ist komisch. Aber ich kann noch spielen. Das reicht noch. Ah, ne. Wenn ein random Ripp-Paketer hier appeart. Also nur im Moment. Muss ich, würd ich sagen. Bahaha macht jetzt grad äh... Heavy. Wir haben jetzt zwei Heavys. Ja, wir haben auch zwei Soldier wahrscheinlich. Nö, zwei Heavys gehen noch. Sagen wir wie gesagt nicht vier oder fünf Stück von anderen Varianten haben. Und das andere will gar nicht sein. Ja. Aber da wir von allen schon noch ein bisschen was haben. Aua, das war ne Scheiße. Warte, ich bin grad wieder vom vierten Stock mit dazu drunter gesprungen. Ähm, hier ist grad ein Spion lang dran. Ich hab bloß ein Pyro gesehen und meine hatten ihn nachgeladen. Ansonsten war das so gut. Das Blöde ist, ich seh den Pyro nicht wirklich. Wieso, das sind beim Pyro... äh, beim... Ach, beim Pyro, beim Spy, Mann. Und der Spy jetzt denn? Bin ich echt immer so verarscht. Wir haben... Och nö, der Ross Hells AFK. Ah, ich hasse. Irgendwie lagts doch ein bisschen. Ich verstehe bloß nie warum, das beim Aufnehmen lagts. Also ich hab wirklich lagts und keine FPS-Probleme. Oh, ey. Danke, Mokko. Oben. Dieser blöde Spy. Wer mit zwei Spys ist da, du könntest. Drei oder so. Mit zwei. Bei uns haben wir jetzt ziemlich böse 26 Punkte. 28. Ja, der hat doch grad nen Pyro erlegt. Im Nahkampf. Hm, bitter. Der kann das gut. Anscheinend. Wieder einer tot? Äh, von hinten! Spion! Achtung! Warte, dass der... Dass unser Hack nie gehört hat. Also mich hat er direkt voll ausstoppen. Ja. Wenn ich's sehen würde, ich versuche grad schon... Oh, ich suche generell schon, aber... Wo? Während hinten in meinem ersten Portal rum, was glaub ich noch steht, aber was nicht mehr funktionssüchtig ist, da renne rum. Wird jetzt wenigstens gern Flammenwerfer, dass ich spielen, wenn ich wenigstens League gefahren dort bannen kann. Ich spiel doch schon Flammenwerfer und teste eigentlich grad alle. Bin vorne. Ich hab's da eigentlich grad angezündet, aber so richtig wollten wir nicht sterben. Ich versteh trotzdem nie, warum es anfängt zu lecken, wenn ich aufnehme. Komisch. Als ob das direkt hochladen würde. So ungefähr fühlst du das an. Aber das gibt's doch gar nie! Hast du da irgendwas anderes im Hintergrund? Na, eigentlich nix, was ich aktivieren sollte. Also nix, was irgendwie... Internetleitung verbrauchen sollte. Gewöhnt man sich auch dran. Langart Kartzeiten. Abschied in Schande hab ich grad bekommen. Ja. Wie geil! Ich hab für uns auch irgendwas gekriegt, wo Marco die Verladung aktiviert hat. Aber da muss ja jemanden dominieren, der dann rund vom Server geht. Bei Abschied in Schande. Das ist schon nie ganz ohne. Das hab ich auch hingekriegt, Benny. Ja, das war Zufall bei dir, weil ich dir geholfen hab. Ich hat's halt noch nicht, ich find's toll. Alter. ADF, ey. Nie solche Ausdrücke hier in der Aufnahme. Da müssen wir doch ganz nett und niveauvoll sein. Links oben, links oben, links oben. Das zum Beispiel war eine sinnvolle Ausgabe. Sorry, so schnell war ich nicht. Ich hab sie irgendwie mit Richtung. Ich hab da jemanden angezündet. Danke. Marco lebt, hab ich grad so gesehen. Was, Marco lebt doch, Marco lebt. Da ist grad ein Maddy rumgerannt. Auf meinem Spawn-Bildschirm. Ah, da waren welche. Ich hab sie gesehen. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Marco ist nicht so schnell. Da ist er tot. Wo geht's hier hin? Cool, ich geh jetzt wieder da hin. Ah, der, der Teleport auf uns sind. Schnell. Uh. Du? Gehst du rein? Ich mach die Überladung an. Okay. Dann. Mach. Das ist mir egal. Toll. Wir haben's geschafft. Komm her. Minus 5. What the fuck? Du kannst ihn nicht retten, jetzt stirb. Ja, ich hab ihn getötet. Du kannst ihn nicht retten. Du kannst ihn nicht retten.